Herzlich Willkommen, Entrepreneure! Wir sind bei der sechsten Frage der sieben Fragen vom Alexander Osterwalder, wenn es darum geht, unser Geschäftsmodell zu bewerten. Die siebte Frage hat mit folgendem zu tun, Schutz vor Konkurrenz. Beispiel dazu, Samsung, für die ist es leicht möglich, so ein iPhone ähnliches Gerät eben nachzubauen, was aber der starke Wettbewerbsvorteil von Apple ist, liegt eben in ihrem Geschäftsmodell, das heißt sie haben so ein Ökosystem aufgebaut, dem sie zum Beispiel Entwickler und Kunden treffen und damit mitarbeiten und das ist viel, viel, viel schwieriger und bietet jetzt dadurch diesen konzeptionellen Vorteil einen länger anhaltigen Wettbewerbsvorteil. Also die Frage ist, wie schützen sie sich vor der Konkurrenz? Wie schützen wir uns vor der Konkurrenz? Das war die sechste Frage, bis gleich zur siebten Frage. Ciao! Ciao!